So, nun bin ich ja doch nochmal an den Bach gegangen. Heute muss ich mich jetzt mal ein bisschen entspannen. Noch ein paar Minuten. Als das letzte Mal hier war mit einem Kollegen, habe ich hier in dem Bereich mal was prospektiert gehabt. Und da war der Zache ein Fliegerchen auf jeden Fall drin, bei der ersten Pfanne schon. Und ja, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was in die Pfanne hier mit dem Sieb und nachher haue ich es durch die Rinne durch. Ja, mal sehen, was die Stelle vielleicht hergibt. Genau. Ihr könnt ja auch sehen, der Bach geht ja hier rüber zur Seite. Der neigt sich hier so und hier hat sich jede Menge an großen Steinen, sag ich mal, angesammelt. Genau. So, jetzt geht's mal. So, jetzt kommt es weiter, mal rein. So, jetzt Vielen Dank. 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 So, jetzt muss man durch die Ringe, damit sie mehr rankommen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also die Stelle dort hinten hat ein Krümel gebracht. In drei Pfannen. Ist ein bisschen mau. Naja, das mache ich mit der Pfanne hier vorne weiter ein bisschen. Okay. Vielen Dank. Sollte Vielen Dank. 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 Ja, ein paar Flederchen sind zusammengekommen. Macht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank.